Guten Tag, meine lieben Leute, und hallo und herzlich willkommen wieder zu Arma 2. Und, ähm, ja, das Problem am Ende der ersten Mission konnte ich umgehen, indem ich einfach an der Stelle gesagt habe, also, wir wurden ja gefragt, ja, willst du da noch hin, und bla bla bla, und dann einfach nein sagen, und dann, ja, nächste Mission. Relativ einfach. Ähm, ich weiß nicht, wie sich da im späteren Spiel irgendwelche storytechnischen Konsequenzen entwickeln, weil ich diese Mission noch nicht gemacht habe, aber, ähm, ja. Mhm, ja. 15 Minuten später. Hä? Ey, das ist, es ist so schlimm, er hat ein Ladescreen für eine Zeitanzeige. Das ist eine Sache, die mich in diesem Spiel gerade ein bisschen aufregt. Und, ähm, ja, wir sind hier in Prigorodki, oder an der Seite von Prigorodki. Hier oben wäre ja besagter, ähm, Punkt gewesen. Und, ähm, unsere Aufgabe ist es, Tchernogorsk zu erreichen. Das Team von, nein, Team Reiser muss von Piskoslova, Piskoslova, zum Stadtrand von Tchernogorsk reisen. Die Marines haben die Tchedeckertsette, äh, ja, ähm, in die Stadt zurückgetrieben, jetzt beginnt die Belagerung. Na, dann, kommen sie da an, bauen ihre Trebuchets auf. Ähm, ja, die Tchedeckern wie nach Tchernogorsk, die Hauptstadt der Provinz. Ja, ähm, also, wie gesagt, unsere Aufgabe ist es, uns hier durch Prigorodki zu kämpfen, nach Tchernogorsk. Und, ähm, bevor ich jetzt in die Mission starte, weil dann labern sie mich wieder zu, ähm, eine Sache vorweg, diese Mission, ich hab sie schon ein paar Mal angespielt, ähm, es ist eine Mission, die dafür prädestiniert ist, dass meine Verbündeten quasi durchsiebt werden von metallhaltigen Geschossen. Da kann ich nicht viel machen, das ist das Blöde. Ähm, ich habe, ähm, egal, ähm, also, es kann ziemlich häufig sein, dass die Mission abgebrochen wird, weil die, weil meine Verbündeten sterben, da kann ich da nichts für machen. Ähm, ich hoffe, es wird sich diesmal in Grenzen, äh, aber da würde ich sagen, pff, fangen wir einfach mal an. Och, komm, so lange sei ich lächerlich. Noch ein Ladisprin, noch ein Ladisprin. Ich weiß, es war eine lange Nacht, aber du bist nicht zu Hause. Ich will dir einen RV mit dem Main Assault Group außer Tchernogors. Gridrefg 0761211. Oh man, kann ich sagen, zu jemanden fliehen? Ich bin zu. Pwussst. Battlemage, Copy that, Battlemage. Oscar Mike, Razor out. All fire at will. All stay alert. All to that tree. Move to that tree. Ja, und jetzt räumen wir auf einmal hier. Ja. Also wie schon gesagt, meine Verbündeten werden ziemlich häufig abgeknallt. Ich hoffe mal, das hält sich hier in Grenzen. Ähm, ja, wir haben Feuerbefehl und da vorne sind schon die ersten Gegner. Ja, das ist alles, was der Chidaki-Gott hat. Und da haben wir es schon. Ich habe es gerade eben angesprochen und schon... Ey, ich stand doch hinterm Baum. Oh. Ich wollte gerade sagen, schon windet sich der erste von uns in Schmerzen auf den Boden. Und in dem Moment werden wir selber abgeknallt. Ja. Ich hoffe, das sind alle nur verwundet und noch nicht tot. Ha, 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 ich liege hier tot auf dem Boden. Ja, okay. Damit wäre die Mission vorbei. Oder? Ist der Typ... Ja. Zwei Minuten. Ein Verbündeter ist tot. Kann ich nicht viel machen. Ähm, versuch, wir es nochmal. Razor, komm in. Ich weiß, es ist eine lange Nacht, aber du bist fast zu Hause. Ja, er ist wahrscheinlich jemand, der, der abgeknallt wird. Ja, er ist wahrscheinlich jemand, der, der abgeknallt wird. Ja, inzwischen recht ungefährlich. Ha, 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 ha. Move to that tree. Gruppieren. Bewegen Sie sich. Ziel. Baum. Jetzt geht bitte mal in Deckung, ihr blöden Spacken. Ich sehe hier gerade keine Gegner. Ich sehe hier gerade keine Gegner. Ah, da. Ich sehe hier einfach zu weit weg. Wow, das war knapp. Ich sehe gerade rechtzeitig die Deckung gegangen. Prigorotki. Prigorotki. Hey, ich will das so los, ich will das aussprechen. Prigorotki. Okay, let's go. Ja, schön. Ist er, ach nein, ist das doch echt. Ah. Boah. Das ist aber auch, ich meine, das Spiel ist ja schön und gut und es gefällt mir ja auch. Und ich will ja eigentlich jetzt auch, ähm, jetzt labern Sie wieder hier. Ich will ja eigentlich auch so weit kommen, dass ich mal mein eigenes Team befehlen kann. Aber, wenn da irgendwas passiert, wofür ich persönlich nichts kann, dann ist es eigentlich ziemlich scheiße. Und, ich meine, da vorne stehen zwei Typen. Ich bin in Deckung, was mache ich? Ganz sicherlich aus der Deckung rausrehen und sagen, los, erschieß mich. Übrigens, die Mission ist nicht abgebrochen, weil ich den Typ noch umgelegt habe, da wäre nämlich gekommen ist. Gab ja schon Berichte von Friendly Fire, aber das war kaltblütiger Mord, dafür kommen sie vor das Militärgerecht. Nein, ähm, sie ist ja schon, ja, blablabla, drei hat's erwischt und sowas und, da musste ich einfach mal... Ja, ähm, ja, ähm, ja, ähm, ja, ähm, ja, warum gibt der mir immer die Scheißziele hinterm Baum hier? Ja. Ja, kein Schlafen, aber... Ich würde hier gerne irgendetwas mit Treffen, ist da hinten oder was? Also ich sag mal, wenn ich an der Stelle hier vorbei bin, dann habe ich schon einiges geschafft. Super, ich treffe den Baum, ist klar. Es war so klar. Super, ich bin so wahrscheinlich genommen, hinter dem Dienstag. Ja, was denn? Ja, schön, hm, 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 hm. Ist doch scheiße, also er hat. Ah. Ja, hier ist Maschiner, schön, der ist tot. 2 Minuten Ich hab's dreimal probiert Die war zu 2 Minuten Also ich kann mich nicht entscheiden Entweder muss das jetzt für die Zuschauer Langweilig sein oder sie müssen sich einen ablachen Weil ich es hier nicht hinkriege Aber ich meine das sind ja nicht so Sachen Wofür ich persönlich ja nichts kann Und dementsprechend kostet mich das gerade ein bisschen an Alter, halt einfach die Fresse Los, flieh vor mir Ich hab ne Waffe in der Hand Formation, line All, fire well All, stay alert All, 200 Meter, 2 Minuten Ja Oh, jetzt gehen wir mal über die andere Andere Seite, also ein bisschen mehr links als eben Ich meine eben sind wir hier immer Oder die weit rechts gegangen Das ist mein Baum Hier geh ich in Deckung Man, two hour, front Pop dials Four, target that Man, enemy, two hour, front Enemy, machine gunner, two hour, front Five, target that Enemy, missile soldier, two hour, front Farm Two, engage that Scratch one Five, target that, machine gunner So, das läuft doch hier schon ein bisschen besser Gut, das heißt dann, der ist wohl auch tot Dreizehn Schuss habe ich mitgebehalten Ach, dieser Heli hier, der regt immer ein bisschen auf Oh, vielleicht sollte ich mich mal hinlegen Ja, enemy, tanken, prigorotki Da können wir jetzt nicht viel machen Haha Hahaha Also ich glaube Hier dürfte es jetzt relativ Ruhig sein Wer hat denn hier gerade Diesen